Ich würde sagen wir setzen mal den Ballon einfach mal in der Brücke ein. Let's go! Das könnte nämlich ganz geil werden. Falls ihr jetzt genau die Bär setzt, kommt die Hälfte in die Bombe. Und das ist super gut für uns, die wir natürlich kommen. Gön, 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 gön. Spieke hat innerlich gestorben. Was ist das denn? Er hat nicht versetzen müssen, Junge. Egal. Kontrolle ist da, weil wir haben jetzt die Möglichkeit ihn komplett zu beerdigen. Ja, aber wir machen es nicht. Ah, da kommen die, kommen Risky, Risky, Risky. Rein, in Wasser, no Risky, aufwand, vor der Reihen, in Wasser. Auf geht's, Junge. Ich hoffe, er hat keinen Feuerball. Ich hoffe, er hat keinen Erdenfeuerball. Ah, aber er hat nicht gefällt, Junge. Let's go rein. Da muss auch ein Sit kommen. Oh, das ist nicht, Junge. Das ist die Rache. Die Rache des Mixed Ministers. Da muss Episode 7, Junge.